Der P10 ist ein kompakter Werkstattwagen mit 397 Werkzeugen. Der Werkstattwagen ist ausgestattet mit Kantenschutz, einem Papierrollenhalter, einer Edelstahlarbeitsfläche und einem Dosenhalter. Der Werkstattwagen hat eine Gesamtkapazität von 600 Kilo und jede Schublade ist bis 50 Kilo belastbar. Alle Werkzeuge liegen in dreifarbigem Kunststoff, sind markiert, somit sieht man sofort, ob etwas fehlt. Die obere Schublade ist bestückt mit Schraubendrehern und Winkelstiftschlüsseln. Wir haben Kreuzschlitz, wir haben Torx, wir haben die Schlitzschraubendreher und auch die Schraubendreher für die Schlauchschellen. In der zweiten Schublade haben wir dann die Stecknusssätze und zwar in halb Zoll, drei Achtel und viertel Zoll. Die entsprechenden Verlängerungen und Reduzierungsadapter dabei. Wir haben Langnüsse und hier im oberen Bereich die kurzen Nüsse. Auch die Torxbit sind enthalten bzw. Imbusstecknüsse. Hier drüben dann Zündkerzen, Steckerzangen und nochmal zwei kleine Handratschen. In Schublade 3 befinden sich dann die langen Bitstecknüsse, perfekt für Zylinderköpfe bzw. auch Antriebswellen. Und zwar dann in Imbus, in Torx, hier dann auch in Riebe. Im oberen Bereich haben wir die kurzen Imbusstecknüsse, viel Zahn, E-Profil-Torx und Torxstecknüsse und zusätzlich die Stecknüsse für rund gelutschte Schrauben. Des Weiteren befindet sich in der Schublade noch ein Bitsatz. In Schublade 4 befinden sich die Schlüssel. Gekröpfte, hier vorne die Pfeifenkopfschlüssel, Leitungsschlüssel, hier in der Mitte, hier oben dann Torx und hier drüben dann die klassischen Ringmaulschlüssel bis 24 mm. In der 5. Schublade befinden sich dann die Zangen, Segelringzangen, Wasserpumpenzange, Grippzange und in der Mitte dann auch die Messmittel als Messschieber, Fühler, Leere und Maßband. Und ganz hier drüben dann die Pfeilen. In Schublade 6 haben wir dann die Kfz-Spezialwerkzeuge. In der Schublade finde ich alles, was ich für Öl-Service brauche, für Räderreifen bzw. für den Bremsendienst. In Schublade 7 befinden sich dann Hämmer, rückschlagfrei, normaler Schlosserhammer bzw. Fäustel, Montierhebel, zwei Magnetheber unterschiedlicher Stärke, eine Taschenlampe, Meißel und Durchschläge. Das einzigartige Duo-Lock-System erlaubt uns mehrere Schubladen gleichzeitig zu öffnen oder mittels Umschalten nur eine Schublade zu einer Zeit zu öffnen. Nach getaner Arbeit lassen sich alle Schubladen zentral übers Schloss verriegeln.